Aber jetzt, wo ich die Rennstelle gefahren bin, ich hab gar keinen Bock mehr so zu fahren. Vorne ist frei, alles frei. Immer noch frei, immer noch frei, 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 frei. Oha, mein Fuß aufgekommen. Ja, aber ich sag auch so, vom Fahren her, bringt Rennstelle ganz viele, so an Technik, weißt du? Ja. Und auch wenn du nur lang da rüber fährst, weißt du? Erstmal. Ja, ja. Und dich dann langsam steigerst, oder? Ja, ich hab gemerkt, so körperliche Fitness ist nicht so. Bei mir ist der besser geworden zum Ende hin. Ich war am Anfang schwach in der ersten Runde und dann ging immer besser. Ja. Ja. Dritte Runde war gut bei mir. Ja, ja. Die erste. Ja, die zweite Runde war mit Bumbo. Bei mir war die dritte am besten. Ich bin Matthias hinten am Arsch liegen geblieben so ein bisschen. Ja. Nur zwischen Matthias und mir waren dann vier Autospitzel hier irgendwie. Boah, Ducati und zwar 125er. Ja, aber schon Papa und Kinder wahrscheinlich, weh? Ja. Schöne V4. Boah, jetzt darf ich schon hier rechts reinfahren. Hahaha. Ich freu mich schon, ob die Augen haben, wo ich vor dir war in der zweiten Runde. Ja, Leute. Da bin ich ja extra hinterdenken geblieben, dann komplett. Weißt du? Ja. Hahaha. Da ist dann auch drüber, wie du meinen Körper drüber geschossen bist. Hahaha. Guck mal, ob ich das heute Abend erst im Programm hochladen kann. Dann gehe ich das einmal auf YouTube reinschmeißen, aber nicht in die öffentlich, weißt du? Kannst du dir mal angucken dann. Da hast du das in 2,7 K. Boah, alter Schwede. Nur Kurven jetzt gleich hier. Nur enge Kurven wieder. Ja, Vorsicht, geht eng rum wieder hier. Hahaha. Das ist die Eifel. Und das erwartet mich alles in Österreich jetzt. Hoch im Geberge. Ja. Und in der Kurve eine enge Kurve. Alter. Markus, wo schickst du's her? Ja, ist doch geil, oder? Wenn du hier vor dem Berg renn kannst du hier machen. Ja. 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 Mach ich mal so nach und nach dann. Ich mach mal ein Video dann. So eine brauche ich aus dem Cruiser, Alter. Ne. Auf gar keinen Fall. Ich will den Shopper haben, ey. Ne. Ne. Hau ab. Jedenfalls kau ich mir mal einen. Ja. Hau ab, ey. Das ist ja zum Cruisen. Ja. Seh ich schon. Notti schleifen über die Rennstecke, weißt du? Mit so'n Cruiser, oder? Mit Floppers, ey. Ja. Da gibt's doch so'n geiles Video. Da ist doch so einer mit so'n Shopper da. In der... Ich glaub... Wo? Ja, genau. Alter, Feder. Der Lass auch gut besen. Ja. Hier ist auch ein Treffen, oder nicht? Hotel zum Anker. Ja, da musst du diese Bosshaus haben. V8 zwei Gänge nur. Ja, ja. Schön, Erbsensuppe zu Mittag. Wolltest du schon letztes haben. Mach mal dein Blinkrelais aus. Ich bin mal an der Strecke gehüllt, weißt du. Da hab ich immer ein Ding nach rechts gemacht. Also, ich hab's ja hier. Und da hab ich immer mehr für dich. Ich hab's ja hier. Wir haben hier schon mal mehr. Ich hab's ja hier. Ja, ich hab's ja hier. Wie in Italien-Probüssen. Jetzt kriegst du die Gänge genauso weiter? Hier, jede Kurve, so jetzt. Jetzt kommt die nächste. Ja. Hahaha. Jetzt kommt die nächste. Hahaha. Und falls es so schön war, machen wir noch mal eine. Geil, ey. Wenn die Bogen ist, oder? Was hast du denn vor? Forscher? Ach. So ist es auf den Kopf, oder? Boah, eine ganz fiese hier unten. Kasala. Kasala. Also fährt den Berg hoch, runter Pes. Aber egal wo du herfährst, guck mal, wenn du nach oben links hoch fährst, das ist geil. Dann gehst du bestimmt hoch und weiter. Ich sag, egal wo du herfährst hier. Tja, Janik, Grüße gehen raus, hallo. Ja, ja, wenn du das Video siehst, du hast auf jeden Fall was verpasst. Schöne Grüße nach Metzen. Hahaha. Boah. Alter. Penner. Ey. Was ist denn für ein Arschloch, ey. Alter Schwede, hab ich mich erschrocken, ey. Hab ich mich erschrocken. Ja. Der wollte uns reinfahren, so ungefähr, oder? Ja. Hört sich rüber gerissen, ey. Penner. Boah. Boah. governor sich. Auf bei. Seher. kennengeler kam 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 kam. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, bis zur Fähre haben wir jetzt nur noch 1,30 Kilometer bis zur Fähre. Na ja. Vorsicht. Bist du im Fähre fahren? Will ich auch noch nie. Ja, das biete ich euch alles hier. Bögersteig. Ja, Matthias, das ist die Fähre, wo wir letztes Mal auch immer gefahren wären. Da, wo wir den Umweg gefahren sind. Da waren wir geradeaus gefahren. Ja, wie Idioten, ey. Ohne Scheiß, oder? Danach ist es so geil gewesen, danach, oder? Also siehst du ja gleich, oder? Danach kommt alles nach, oder? Geiler Tag, ey. Geiler Tag. Wetter stimmt auch noch. Das will mal mehr, oder? Ja, dann bist du heute Abend so 7 Uhr zu Hause spätestens. Weißt du, da hast du auch noch heute Abend mit der Zeit, alles ein bisschen wieder, weißt du? Ja. Kannst du dich früh pinnenlegen für morgen, ich muss morgen auch wieder 8 Uhr raus, weißt du? Ja. Aber alles gut. Ach, morgen früh wieder ackern gehen. Schön. Ja. Von nichts kommt nichts, weißt du? Von nichts kommt nichts, weißt du, da hast 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 du, WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR GmbH im Auftrag des WDR GmbH im Auftrag des WDR Da ist das scheiße, ich will mir immer überlegen, ob ich die Scheiß nicht abschraube, weißt du? Aber dann merkst du nicht, wenn du zu weit runter bist, ne? Aber ich glaube, das geht noch weiter runter. Das geht noch weiter runter. Ich glaube, die gehen viel zu früh, weißt du? Ja. Ich erschrecke mich jedes Mal, wenn die Dinger weg sind. Da habe ich, glaube ich, noch ein bisschen mehr Sicherheit. Ja. Aber renne ich doch auch. Jedes Mal erschreckst du dich. Ja, ja. Nee, warte mal, geradeaus. Das war eine geile Ecke, ey. Ich wundere mich, dass da die Bullen nicht stehen oder Rumpelfahrer verbunden. Ja, weil du hier nur so Ecken hast. Auto? Ja. Vorne ist frei. Alles frei hier. Geht da immer wieder schlachradig rum hier, oder? Ja. Natürlich. Jannik, schöne Grüße. Ja. das ist ein bisschen so 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 wie will sie hier 100 fahren ja enge Kurve hier unten, auffassen, Auto entgegen auffassen, enge Kurve und Auto 100 Auto von vorne Auto wieder Auto von vorne, der fährt sehr mittig aufpassen ja ich weiß nicht wie er bei euch ist von mir waren das sehr mittig so 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 ich glaube, wenn ich jetzt gerade nicht neben mir gewesen wäre er jetzt wieder zugemacht, weißt du das glaube ich? ja aber die wollte schon überlegen, hab's gesehen aber scheiße, der ist schon da aber der Luftflug von Schnee ist auch gut, der Luftflug geht auch jetzt gerade, oder? ja ich denke mal, so 0,1, 0,2 mehr jetzt wäre besser für die Halbfahrkleid wahrscheinlich, oder? ja das ja, was hatte ich jetzt ich hab 2,4, 2,7 achso, ja, werde ich ja auch haben dann, ungefähr da geht's ja eigentlich ja aber aber auch eine schöne Falle hier, Bikerdinge, oder? Bikerdinge, oder? Bikerdinge ist wahrscheinlich hier in 50 Kilometer wahrscheinlich, oder? ja, der hat natürlich gesagt, 200 Meter rechts, oder? ja, genau haha hahaha das ist nicht gesprungen das ist nicht gesprungen das ist nicht gesprungen ja, das ist nicht mitten in der Ortschaft hier, oder? Bikers Rast das ist eigentlich im Biker Hotel ja, da hinten ja, da hinten ja, sieht doch gut aus gucken wir mal ja, das Finden wir uns 3 düm-düm-düm-düm-düm-düm-düm-düm-düm-düm-düm-düm na, guck' mal son so, wir machen schon Pause her hoff' ich check, was ich wieder auf dem Teller haben hier guck' mal...妈, du tisch kriegen hier schnell vor, dass er weggenommen wird. So, bis demnächst. Bis gleich.